Soll ich schnell kommen und den kaputt kloppen? Nein, der ist weg. So, GIF 31 Unsichtbarkeit. GIFT. So, Bernie, teleportier mich bitte zu ihm. Ja, dann werde ich gleich mal hier verrecken, wenn er ankommt. Oh, geil. Du sitzt bei mir da und schaust um. Cool. Was ist nochmal die perfekte Höhe, um nach Diamanten zu suchen? Drei, Liga. Drei. Glaube ich nicht. Dann bin ich mit Null vielleicht etwas zu tief und ich gehe nochmal zum Beispiel. Oder, ne. Ich suche einfach mal auf elf. Okay, alter, die Schaukel hält nicht durch. Bernie nochmal. Hä? Na, mach nochmal. Ist zu gestorben? Ne. Super Obsidian. Machst du nicht, bitte. Ich muss mal meine Spitzhacke, der vor dem bis dahin will ich noch dir Mann verkünden. Ich habe ich Obsidian abgebaut. Krass. Redstone, yay. Nein, Fackel, nein. Nein. Selberfot. Nein, die Frau ist grau. Nein, die Frau ist grau. Bisschen gegen die Wersel freundlich. Ne, du machst dich schön. Das sagt mir, wenn die Schaufel kaputt ist, dann gebe ich dir eine neue Arbeit, diesmal nicht normal. ein erinnern wir mal schlossen die ganze Zeit wenn jemand er braucht ich hab' hier gerade Unmengen davon ich auch in der Welt nicht hochsammeln alter ich bin mir gerade fast in Lava gefallen, ich hab' meine Feuer, das Tänz, denke ich nicht dabei muss ich mal kurz ändern TNT jetzt will sogar der Server nicht, dass gecheatet wird Tiro, das habt ihr jetzt von eurer Cheaterei verdient habt ihr es nur verdient ich sehe immer sein Boot fallen, aber er sitzt irgendwie nicht drin schlag einfach das Boot kaputt ja, das hab ich versucht, aber er braucht ewig, bis er mich zu dir teleportiert hat bis dahin ist er schon voll weit weg nimm doch nen Bogen mit in mein Boot teleportieren ähm, in mein Boot teleportieren, wenn dann müsstest du hinter mir in dem Wasser schwimmen, Dinger das war ein hat er ja planter Plan, Dinger mit dem Boot wegzufahren so ist es ja auch hey, ich weiß, wo er ist ungefähr wo? du weißt da, wo du mir damals die Spitzhacke gezeigt hast, ne? ähm, mehr oder weniger ja, da, ähm, da ist der irgendwo ich bin jetzt ich hab mich umentschieden, das ganze Gebiet, wo es gehofft wird, wird jetzt ne einzige riesige Miene nein, wird nicht oh, schade aber du sagst, jetzt wärst du da nicht rumtelepoziert wie ein Deppen, ähm, nach Hause fahren, Dinger das ist nicht mehr feierlich das sagt ja auch, dass du da meinst in der MW2 das ist dir nicht mehr feierlich nochmal, Berning alter, was machst denn du die ganze Zeit? ja, ich so, bis sich der Server aufgebaut hat, ist es schon ewig weit weg, ja jetzt schon wieder weg äh, zeig ich Luft trinke, also dass man unter Wasser atmen kann ja, auf was hab ich hier bitte die Helligkeit, das ok, jetzt nochmal alter, Pienes, wo fahr ich denn rum, jetzt bin ich wieder waschibus aus, ne? homo nein alter, Vater, ich glaubte, Colin hat mir aufgeschrieben, warum stimmt nicht, nein nein tja, brauchst du wohl ein neues Haus hattest du da alle deine Diamanten? hattest du da alle deine Diamanten? ja, sicher das ja, gut aber, aber ich find das noch, wahrscheinlich stimmt das schon, scheiße, ich bin zu viel ja, also, das stimmt Alter, ich werde jetzt zu viel sein, ist aufzuschreiben, aah, Dinger hm du musst dir nochmal telefonieren, oder ich will ich bin schon Level 10 gibts doch nicht ich bin ja jetzt zu blöd, da jetzt, bis es da geht ich bin schon Level 0 warte, 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 ich muss da immer diese eigene Taste halten, kann man die halt irgendwie beschweren? wieso musst du ne Taste halten? ach nee, Telefonbrauch ach nee, ich bin fast gegen eine Insel gefahren, Digga ach, wo ist denn das? du kannst deinen Finger abschneiden und drauflegen aaah, uhrweiß ah, Digga alle, wie die immer im Kreis fahren, Digga jetzt kommen wir immer wieder in die gleichen Stellen Peni und ich auch, das hält ok, ich komm gleich Alter, ich würd gern was gucken naja, jetzt muss ich hier naja ey, Bernie, wenn ich rausgehe, dann könnt ihr nicht mehr zu mir teleportieren, oder? nee zacken hab ich gerade trocken, was hat das ach, ach, ach ach ach, ach ach, gestresst was sagt denn dieser Zettel? der sagt sowas ähnliches ach nee, ich hatte so eine Minus vergessen super auch schaubig muss, ich muss hier nicht doch mal niedriger machen doch mal niedriger mache ich das nicht ich muss doch mal niedriger was ich muss auch Knoche wer auf 15 und da ist es mache jetzt einfach die Prozesse nochmal noch nochmal schnell Schibu werden, ich muss das Holzveruch aufbauen und die Kohle und den Stein ja ich wollte weniger als spitzhacke und axt okay das mit der spitzhacke hätte ich dabei ist aber es will ich nicht nutzen weil es doch muss ich weiß jetzt wieder genau in die blöde ich werde mein zuhause wieder achten ich war doch ich sag dir nach aber sicherlich wenn du mich teleportieren portieren mama ich muss pissen also akte kann ich dir anbieten der fast kaputte aber die sollte für das holz reichen er hat meine ganzen guten sachen genommen deine ganzen guten ist ein geiles wert ist das war's dann schon digger und mein essen also wegen dem essen kannst du ruhig herkommen also eigentlich war es überhaupt nicht wertiger deswegen wieder ein streit vom sound zu greifen ja und es kommt ja doch ich werde jetzt erst mal auf die ich weiß deswegen deswegen fliege so f2 north bin ich falls du was sagst f2 north und dann habe ich einen screenshot gemacht f2 Axt 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 Die Wachter Axt Axt Tapi Axt 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 m dass schon wieder und wie es sagt dass der dschungel wie sonst war da sind da blöde PNL meine Fresse ich brauch echt mal ein Lager langsam wollte ich zwar schon vor einer Ewigkeit bauen und sage ich auch um jede Aufnahme meine Fresse und Lager werden die ganze Erde aufgesammelt ich nochmal Alter, gib die Erde wieder her ok, dann habe ich mein Kistenproblem gelöst ich sag, du hast keinen Inventarplatz machst du bitte meine Kohle und warum hast du meine Kohle abgebaut? von meiner wenn du keine Spitzhacke hast ich habe zwei Spitzhacke Tja, da hat der Danny genug versetzt mich gehabt mir ist gerade mein Boot kaputt gegangen was wollte ich dir geben? Alter, du sollst mich zu ihm was los, Digga oh, die einfach dahin ich kann die jetzt nicht aufschammeln aber ich kann die dann schon noch auf Danny, teleportier mich jetzt meine Erde ach, was soll denn meine Erde hier darf niemand leben ich bin wieder in der Nähe ach, ja, wie geil so offensichtlich ich steigere ich steigere mit mit Koppelstones ausgepflastert wer von euch hat Bäume mit Koppelstones ausgepflastert? ja, ich wollte ja, ich wollte also, also Zuschauer ich war ja eigentlich gegen hacken also jetzt sehen wir ja mal wie man das wieder fissetzt am Anfang hatten wir festgesetzt ja, kein Kieb und sowas aber nein diese Muschel ja, Alter, brich mich mit das ist besser als Mann darf mich auf ein Halt und Amerika waf waf wufe waf wufe waf waf wufe ok, so weit konnte ich folgen so weit konnte ich folgen ey, Ferne, teleportier den Paul mal zu mir haha ne, es geht nicht, wenn er in dem Boot ist ne, es bleibt die Hand, bleibt in dem Boot, du ja könnt ihr mal was probieren ne, geht nicht, hab ich schon mal ausprobiert nicht am anfang ja du musst wissen digga das ist keine ausrede ich glaube wenn du nicht online ist weil sie es nicht alle ist er doch scheiß mongos hier geht aber schnell aufs klo deswegen rede ich habe noch die ganze zeit mit euch ihr muss ich sagen jetzt gibst du einfach zu dass drei pc auf dem klo ich bin mitten unter im ozean das war echt scheiße mann ist so ein wicker ne kleiner bastard der fliegt bald raus mega scheiße wenn er reinkommt teleportier mich sofort zu ihm ok also behalten bereit bitte naja ich muss noch t fall nach oben und enter drücken oder ja ja